Ein Steirer ist er, ja. Und was für Eigenschaften haben Steirer? Ja, die können sich durchsetzen. Ich kann doch nicht viel sagen. Aufrecht, ehrlich, lächelnd, stüpfelnd, etwa. Herzhaft, munter, glücklich, fröhlich. Ein Steirermann ist wirklich ein freundlicher Mensch. Die Steirer sind freundlich, gesellig, gastfreundlich. Aufgeschlossen den Ausländern und den Nicht-Kratzern. Das ist kein Schmied, das ist die Wahrheit. Also was ich gehört habe, soll er stur sein. Zielstrebig und nicht so schnell aufgewend, würde ich sagen. Brav arbeiten und wenn er gaudet ist, ist er gaudet. Ja, eigentlich ist es ja zielstrebig. Er weiß, was er will. Lustig, aufgeregt sind wir. Steirer, der ist immer ganz direkt, so wie du einer bist. Gut, man auch, und sind sehr heimatliebend. Ein ganz direkter. Stark ist er.